Das ist Herr Sommer. Herr Sommer hatte in letzter Zeit einige Ausgaben. Erst kam die neue Waschmaschine, dann das Auto und jetzt auch noch die Urlaubsanzahlung. Wie kann sich Herr Sommer all seine Wünsche schnell und einfach erfüllen? Mit dem Direktkredit für Konsors Finanzkunden. Damit kommt Herr Sommer wieder in den grünen Bereich. In nur 24 Stunden. Mit frei wählbarem Kreditbetrag, den Herr Sommer einsetzen kann, wofür er möchte. Auch die Rückzahlung ist perfekt planbar. Dank fester monatlicher Raten und einer festen Laufzeit. Für seinen persönlichen Direktkredit ruft Herr Sommer einfach in der Telefonfiliale an und füllt gemeinsam mit den Finanzexperten den Kreditantrag aus. Schon während des Telefonats bekommt Herr Sommer die Kreditzusage. Aber das Beste ist, falls seine hinterlegten Unterlagen noch aktuell sind, wird ihm sein Wunschbetrag innerhalb von nur 24 Stunden überwiesen. Falls einmal Dokumente fehlen, können sie nachgereicht werden. Nach dem Telefonat mit dem Finanzexperten erhält Herr Sommer eine E-Mail mit dem Kreditvertrag, den er unterschreibt und einfach innerhalb von zwei Wochen zurückschickt. Und Tatsache, schon am nächsten Tag ist das Geld auf seinem Konto. Puh, das war knapp. Der Direktkredit der Consors Finanz. Schneller geht's nicht.